15. Juli 2022 Mai Schoss Rojos Mall Pop-Up Kitchen René Was hast du heute in deiner Schubkarre mitgebracht? Heute haben wir einen bunten Sublattsalat mit Gurken. Dazu habe ich ein Himbeerdressing gemacht. Die Himbeeren aus biologischem Anbau, aus meinem Garten. Das aus der Flut bekannte Apfeldressing, was sehr gut angekommen ist. Alles auf Essigölbasis, ohne Mayonnaise. Bei der Hitze verständlich. Jetzt müssen ein paar Stunden hier stehen, weil wir kein Risiko eingeben. Dann haben wir hier einen Speckkartoffelsalat. Hand geschnibbelt, wie die Oma das macht. Mediterrane Nudelsalat mit Oliven. Vegetarisch. Hier vorne eine kleine Brotauswahl. Hier haben wir ein bisschen Bratwurst für die Vegetarier. Einen Grillkäse. Und da hinten gibt es Nackensteaks vom dorfeigenen Metzger. Ja, das haben wir ja zum Jahresdach. Also du hast alles aufgefahren, was möglich war. So sieht es aus. Also es ist fantastisch. Es war schon wichtig uns, dass wir die Fleischprodukte beim Metzger aus der Region holen. Dass wir den unterstützen. Weil Großkonzerne, wir holen das lieber aus der Region. Weil die das auch finanziell unterstützen wollen damit. Und halt eben, was der Garten so hergibt. Selbstgemacht, selbstgemacht. Hier haben wir noch ein schönes Dessert, eine Beerengrütze auf Vanillecreme. Auch aus meinem Garten, die Beeren. Da sind Stachelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren, Blaubeeren drin. Alles, was so im Moment Saison ist im Hochsommer. Ich meine, dein Apfeldressing, das kannte ich ja. Das ist ja traditionell. Aber dass du jetzt auch Himbeerdressing machst zum Schubkarrensalat sensationell. Letztes Jahr hat den Hintergrund. Letztes Jahr war ich ja sechs Wochen am Stück hier. Konnte ich meine Himbeeren nicht ernten. Haben die Vögel die gefressen. Dieses Jahr bin ich heute zu dem Jahrestag hier. Den Gedenktag nach der Flut. Und da habe ich meine Himbeeren einfach mitgebracht. Und die dann zu einem Dressing verarbeitet. Und das ist mal was anderes. Und diesmal auch die Schubkarre mit Alufolie ausgelegt. Aus hygienischen Gründen natürlich. War nicht immer die Möglichkeit. Aber jetzt ist es halt natürlich eine andere Zeit. Jetzt haben wir eine neue Schubkarre. Ja, eine neue Schubkarre. Aber trotzdem auch mit Folie sauber ausgelegt. Aber ich finde das toll, weil auf den Schubkarrensalat habe ich mich wirklich ganz besonders gefreut. Ja, das ist auch die... Wer hat schon für so viele Menschen eine Salatschüssel an Bord? Nach der Flut. Den meisten Leuten war das Geschirr weggeschwemmt. War nichts da. Not macht erfinderisch. Dann haben wir die Schubkarre genommen. Und das ist eine ideale Lösung. Und wie geht es bei dir im Moment beruflich voran? Ja, ganz gut. Ich bin in dem Hotel, wo ich vorher auch noch war. Immer noch. Und es läuft ganz gut. Kochen regional auch mit frischen Produkten. Und die Gäste merken das und kommen auch sehr zauberhaft. Und wie geht es dir heute persönlich, ein Jahr nach der größten Flutkatastrophe? Also da kommen die Erinnerungen wieder hoch. Die ein oder andere Träne und Gedenke hat man dann schon wieder, wenn man so dran denkt. Aber wenn man auch schon sieht, was sich verändert hat, dann ist ein Zeichen, dass es nach vorne geht, die Leute sich mit abgefunden haben und einfach positiv in die Zukunft blicken. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, das ist immer auch situationsbedingt von den Betroffenen. Gibt es irgendein besonderes Erlebnis, einen Eindruck oder irgendein Gefühl, etwas, was du mit uns noch mal teilen möchtest? Ein Jahr nach der Katastrophe. Du hast ja so viel erlebt hier in Maischals als Koch. Gibt es was, was dir gerade in Erinnerung kommt? Also was ich besonders finde, ist die Harmonie mit den Leuten, die man in der schwierigen Zeit kennengelernt hat. Es sind so Freundschaften entstanden. Und man begrüßt sich, als hätte man sich gestern das letzte Mal gesehen, obwohl da jetzt auch wieder ein paar Monate dazwischen sind. Es hat sich ein riesiger Freundepult gebildet und ist einfach auch schön. Das Schöne aus dem Nicht-so-Schönen. Es hat auch irgendwie sehr tolle, sehr hilfsbereite Menschen gegeben und alles. Und das ist sehr schön da. Darf ich mich zum Schluss einfach mal bei dir bedanken für deine tolle Unterstützung? Und dass du bei Wind und Wetter in der Garage gestanden bist und gekocht hast. In der Garage des Kindergarten neben der Kirche. Und du hast wirklich uns auch viel Zuversicht und Durchhaltekraft geschenkt. Also nicht nur mit deinem Essen, sondern auch mit deiner guten Laune. Also vielen Dank dafür. Also viele Leute, die alles verloren haben, wenn es so einen kleinen, schönen Moment gibt. Dankeschön. Freut mich dann auch, dann haben wir den Job nicht gemacht. Also ich weiß, wir sind ja nicht nur gerne zum Essen hergekommen, sondern einfach auch, um dich zu sehen mit deiner guten Laune. Du hast ja alle angesteckt. Wem es mal nicht so gut ging, der ging zu dir und dann war wieder die Welt in Ordnung. Gut. Toll. Vielen Dank nochmal. Alles klar. Alles bitte. Dann wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Okay. Oke. Also da wissen. ijk.